Heute gibt es mal wieder ein Building Battle und heute müssen 100 Spieler einen Wolkenkratzer bauen. Falls ihr euch gar nicht vorstellen könnt, was ein Wolkenkratzer ist, zum Beispiel das hier in Dubai ist ein riesen Wolkenkratzer, das ist das höchste Gebäude auf der Welt. Und ungefähr sowas in die Richtung müssen die Leute bauen. Dabei haben die Spieler 30 Minuten Zeit, den schönsten Wolkenkratzer zu bauen und wir bewerten die und am Ende gibt es eine Abstimmung, welcher Wolkenkratzer gewonnen hat. In dem Sinne Freunde, ihr könnt gerne in den Kanal abonnieren, wir sind wirklich kurz vor den 250.000 Abonnenten. Wäre sick, wenn wir die erreichen. Liked auch gerne das Video, wenn es euch gefallen hat und außerdem könnt ihr auch gerne neue Building Battle Ideen in die Kommentare schreiben. Außerdem könnt ihr gerne auf Twitch vorbeischauen, das stream ich jeden Tag um 18 Uhr und oft in zwei Kanäle kommen Daily Reactions. In dem Sinne, let's go Building! Kann man Sachen aus der Realität bauen? Ja, wenn ihr es jetzt nicht einzeln aus dem Google Bild nachbaut. Es geht los. 30 Minuten Zeit, wie gesagt, einen Wolkenkratzer zu bauen. Also ihr dürft schon hochbauen, aber letztendlich, ihr habt halt nur hier, ich glaube es sind, wenn mich nicht alles täuscht, sind es 4 Chunks, also 1, 2, 3, 4. Wenn ihr vielleicht zu hoch baut, sieht der scheiße aus, aber wenn ihr vielleicht zu klein baut, sieht der auch scheiße aus. Ich glaube ihr wisst, was ich meine, ihr müsst halt die richtige Größe finden quasi. Aber ja, ich würde sagen, ihr habt eine halbe Stunde Zeit, vielleicht geben wir extra Zeit, je nachdem wie viel ihr braucht. Wolkenkratzer auch, wirklich kein leichtes Thema, ne? Okay, das ist schon mal stabil, aber ich glaube, er wäre zu klein für ein Hochhaus, oder? Ich würde es nur gesagt haben, aber ja. Ich muss ehrlich sagen, bei vielen Grundstücken sehe ich jetzt nicht so wirklich den Wolkenkratzer. Ey, ich bin mal echt gespannt. Bis jetzt sehe ich noch nicht so... Ja, das hier hat schon gute Ansätze, will ich behaupten. Sieht aus wie ein Stuhl. Digga, das sieht irgendwie alles aus wie so ein Stuhl oder so. Sieht aus wie ein Barhocker. Das ist kein Hochhaus, das ist eher ein modernes Haus. Ja, hier sind mehrere, cool. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich sehe bei echt nicht viel ein Hochhaus, aber wir gucken mal, wir gucken mal. So, ich finde ehrlich gesagt, der Barhocker hat sich auch immer noch nicht verändert. Obwohl es geht, da muss halt unten noch was hin. Dann wird es chilliger. Wow, das sieht... Ey, das sieht cool aus. Wow, ey, der sieht auch smooth aus. Den fühle ich auch. Junge, was wird denn das? Der sieht echt sick aus. Ey, aber jetzt, wenn man hier so drüber fliegt, Das ein oder andere kommt schon wirklich an ein Hochhaus ran. War alle ein bisschen minimalistisch gehalten, aber man kann auch nicht jetzt unendlich hochbauen. Aber das hier ist doch schon eigentlich stabil. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Das ein oder... Oh mein Gott, ein Golem. Das ein oder andere coole ist... Oh, mit Helikopterlandeplatz. Das ein oder andere coole ist auf jeden Fall dabei. Retalk. Okay, die letzten fünf Minuten. Okay, die letzten fünf Minuten, Freunde. Ich glaube, es wird auf jeden Fall... Ey, Digga, Retalk, das Auswerten wird so viel schneller gehen heute als bei den anderen Sachen. Weil es sind echt ein paar... Ja, ne? Okay, Freunde, letzte Minute. Gleich in zehn Sekunden und dann... Vorbei. Keine Zeit mehr. Zeit dann vorbei. Und dann gucken wir uns alles an. Aber wie gesagt, wir können echt viele raushauen. Wache Runde heute, glaube ich. Und... Vorbei. Vorbei. Okay. Ich bin gespannt. Wir können echt ein paar kicken. Aber warte, wir fangen mal an. So. Wir sind hier beim ersten Grundstück. Jetzt ist das Ding. Thema war halt Hochhaus. Wolkenkratzer. Und das ist halt keiner. Ich glaube, dass wir wirklich sehr, sehr viele Leute kicken müssen. Weil die einfach nicht das Richtige gebaut haben. Das ist einfach ein Haus mit... Ja. Weg. So, das nächste. Das hier kommt schon mal annähernd ran. Wir haben gesagt, keine Inneneinrichtung. Ich würde den mal lassen erstmal. Die beiden lassen wir auch erstmal stehen. Die sind sick. Das hier ist jetzt nicht eher... Das ist eher ein so japanisches Haus. Das kommt jetzt nicht an Wolkenkratzer. Leider. Das hier würde ich auch erstmal stehen lassen. Das kommt auf gar keinen Fall rein. Das ist auch ein bisschen zu viel Balkon. Das ist legit einfach ein Kasten. Das haben wir auch gerade gekickt gefühlt. Das lassen wir mal. Das eigentlich auch nicht. Aber ich würde es mal lassen. Das können wir mal lassen. Das ist schon... Ja, nee. Wir lassen es mal. Das ist ein Hochhaus im Sinne von... Wolkenkratzer im Sinne von Burg. Den lassen wir auch mal. Der hier, glaube ich, ist mir ein bisschen zu breit. Aber ich glaube, der Atze hat damit gerechnet, dass man höher bauen kann. Aber wir lassen es mal. An sich ist es gut, aber es ist zu monoton. Deswegen würde ich es raushauen. Den hier lassen wir. Das hier sieht aus wie der Lavaturm aus Clash of Clans. Den müssen wir kicken. Das ist sick geworden. Das ist auch zu monoton und nicht fertig. Er hat hier eine ganze Stadt gebaut. Das ist cool. Der ist leider zu klein, würde ich behaupten. Das... Ja... Wir machen erst mal Grobsortierung. Wir fliegen erst mal durch. Das ist auch eher ein japanisches Haus. Das ist zu klein. Da haben wir schon bessere. Das hier ist mir ein bisschen zu Nether. Aber es wäre eigentlich ein Hochhaus. Aber das ist so ein Nether-Hochhaus. Wir können es mal lassen. Das hier finde ich cool. Das ist ein bisschen zu kastig. Hier ist auch wieder King Kong. Cool. Das ist zu monoton und zu... Das sieht aus wie eine Burg fast. Also so... Burg, Burg. Hier war ein TNT. Wolkenkratzer. Der ist auch nicht schlecht. Raus. Hier ist einfach halbe Urwald. Es ist nicht so Wolkenkratzer-Style. Der ist cool mit dem F da drin. Aber wir lassen den mal. Der ist auch cool. Der ist nicht fertig geworden. Aber wäre, glaube ich, auch zu klobig. Ist nicht fertig geworden. Plus... Ja, nee. Das passt nicht so rein, glaube ich. Das sieht auch eher aus wie... Ähm... So Lavatürme aus Clash Royale. Das ist in Ordnung. Das ist hier zu klein. Das sehe ich jetzt schon. Das sieht cool aus, aber es ist zu klein für einen Wolkenkratzer. Guck mal, jetzt sowas hier ist ein Wolkenkratzer. Oder sowas, oder sowas. Oder sowas. Oh, hier sind jetzt viele coole. Oh, er hat ja Erklärungen gemacht. Okay, jetzt kommt's. Alter TV-Tower. Nach einem nuklearen Anschlag und Radioaktivität wurde der TV-Tower verstrahlt. Die Natur holt sich den alten Turm zurück. Digga, what the fuck ist hier passiert? Das ist eine coole Idee. Dafür lassen wir erst mal stehen. Das Ding ist... Das passt zwar an sich an Hochhaus, aber wir haben da... Wir kicken jetzt ganz, ganz viele. Und da gehört der leider auch dazu. Das hier sieht auch eher aus wie so ein Magmaturm aus Clash Royale, also Retalk. Das ist original jetzt so ein Lavaturm. Das hier ist zu klein. Das hier ist auch zu klobig leider. Der hier wäre auch huge und groß genug, aber auch zu eckig. Genauso mit dem. Der ist leider nicht fertig geworden, aber an sich cool. Das ist zwar cool, aber ist mir zu abstrakt. Das ist... Kann mit den anderen nicht mithalten. Schreibt Käse in die Kommentare, um mein Herz zu bekommen. Was? Ja, aber es fällt leider auch raus. Das ist ein bisschen zu random von den Blöcken her. Das ist kein Hochhaus. Das ist mir auch zu klobig, aber Nether-Hochhaus ist cool. Das finde ich cool. Sehr, sehr strong. Das ist zu klein. Das... Wenn ich das richtig erkenne, ist das der Turm von Doofenschmerz? Ja, aber das ist ein Haus. Ja, dafür, dass ich erkannt habe, lassen wir es. Das ist leider zu klein. Das ist cool, aber wir haben schon viele Donkey... Äh, Kingkongs und ähm... Ja, das Haus ist nicht so stabil. Das ist eher ein Turm als ein Wolkenkratzer. Also, versteht ihr, wie ich meine? Der ist cool und modern. Sick. Hier ist noch so Gerüst dran und er hat Wolken hingemacht. Das sieht aber auch eher oben aus, wie so ein Magmaturm. Das hier ist ein Berg. Das ist einfach ein Berg, legit. Das ist einfach ein Berg. Aber an sich... Ey, seht ihr da drin ein Hochhaus? Okay, wenn ihr Ja sagt, dann lasst wir es mal. Das sind einfach nur verschiedene Dinge aufeinander. Das ist so ein Kasten. Das hier würde nie halten, aber ich würde es auch leider kicken. Das hier ist cool. Und das hier finde ich eigentlich auch cool. Aber wir haben, glaube ich, bessere. Deswegen, ich würde es auch kicken. Und dann jetzt, wo ich den hier gleich sehe, weil er hier gespawnet ist, würde ich auch kicken. Der hat actually auch keine Chance. Okay, wir haben noch zu viele. Wir müssen ein paar kicken. Deswegen, ich würde... Das hier sieht zwar cool aus, ich würde es aber kicken. Es ist zu viel Glas. Das hier ist auch eher eine Pyramide nach oben. Ich würde es leider auch raushauen. Der hier ist auch cool, aber es ist mehr auch so ein Clash of Clans-Ding. Der sieht zwar cool aus, aber ich würde ihn auch kicken. Genauso wie den hier. Wir haben schon so gute. Wir müssen jetzt mal wirklich aussortieren. Der ist zwar auch strong, aber anderen sind wirklich kranker. Ja, das Ding ist, den hier fühle ich irgendwie. Die Idee ist halt überkrank und so. Aber an sich, Wolkenkratzer ist es schon. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich würde ihn auch kicken. Ich würde ihn kicken. Er ist zwar nicht fähig geworden und ist wahrscheinlich extra so. Aber ich würde ihn trotzdem raushauen. Ja, ich würde den hier auch kicken. Der ist auch zu normal noch. Okay, ich würde ihn hier kicken, weil es wirklich mehr kein Wolkenkratzer in der Stadt ist, so mäßig, sondern eher eine Festung. Ja, dann würde ich ihn hier kicken. Der kann nicht mithalten mit den anderen. Wenn man die hier einzeln betrachtet, können die auch nicht mithalten. Das ist zwar eine stabile Stadt, aber es ging darum, einen Wolkenkratzer zu machen. Deswegen dürfen wir hier nicht die Stadt bewerten. Deswegen auch raus. Ihn hier würde ich auch raushauen. Der ist mehr ein Turm, finde ich. Schon fast. Auch raus. Ich würde die hier auch kicken. Zwar cool, aber die Fenster sind zu lang. Anderen sind einfach stabiler. Was soll ich sagen? Ich würde den hier auch, glaube ich, rauskicken. Bis hier gibt mir mehr so ein Hotel-Vibe. Was nicht heißt, dass es kein Wolkenkratzer sein kann. Aber, naja. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, oder? Okay, sechs Stück. Einer muss noch. Er bleibt safe. Ja, er hier. Ah, ich finde, es sieht stylisch aus mit dem Lapis. Ja, wir müssen ihn hier wegmachen. Ja, doch, wir müssen ihn hier wegmachen. Wir müssen ihn hier wegmachen. Okay. Ja, das muss so sein. Okay. Dann haben wir unsere fünf. Wir haben unsere fünf. Jetzt ganz wichtig. Chat, wir machen gleich eine Twitch-Abstimmung, okay? Ich zeige doch mal kurz alle fünf Finalisten, okay? Und für die müsst ihr dann abstimmen. Wir haben hier, okay, hier Nummer eins. Hochhaus. Hier Nummer zwei. Hochhaus. Mit Helikopter oben drauf. Nummer drei. Mit Verbindungen. Sehr, sehr krank. Hier noch hinten sowas dran. Boom. Nummer drei. Nummer vier. Kleine Quarzturm. Hier mit Eingang, so sieht es von vorne aus. Und Nummer fünf. Er hier. Nummer fünf, er hier. Abstimmung läuft. Okay. Es wird ernst. Es wird ernst. Drei gewinnt. Oha, es ist ja übereindeutig. Holy shit. Ja, hätte ich aber auch gesagt. Nummer drei hat mit Abstand gewonnen. Was, Hochhaus? Gewonnen. Ähm, das Grundstück von... Rinux. GG, Homie. Ein stabiles Hochhaus. Gminus. Sert alten top. Und das wiederdive ist nicht mehr haltbar.